Herzlich willkommen! Ich erkläre euch nun die Eigenschaften des Funktionstypes f von x ist c durch x². Wiederholen wir nochmal kurz diesen Funktionstyp. Die Variable c ist ja dabei eine reelle Zahl, die jeden Wert außer 0 annehmen darf. Ist c größer als 0, haben wir immer einen Funktionsverlauf dieser Art. Ist c kleiner als 0, so verläuft der Funktionskraft unterhalb der x-Achse und aufgrund des Quadrates sind wir wieder symmetrisch zur y-Achse. Betrachten wir nun die Eigenschaften an der Stelle x ist gleich 0. Der Funktionswert für das Argument x ist gleich 0 ist nicht definiert, da man f von 0 gleich c durch 0² nicht berechnen kann. Setzt man hier nämlich wie gesagt den Null ein, so erhalten wir ja c durch 0² und das ist ja gleich c durch 0. Das wird eine Division durch 0 ergeben und das ist nicht erlaubt. Somit sehen wir hier wieder sehr sehr schön. Die x-Werte wurden schon sehr sehr klein skaliert, die y-Werte dagegen sehr sehr groß und wir sehen, dass sich die Funktion der y-Achse nur annähert, aber diese niemals berührt. Und der Wert x ist gleich 0 muss daher aus der Definitionsmenge herausgenommen werden. Es gilt d ist gleich r ohne 0. Und an der Stelle x ist gleich 0 besitzt der Graph eine sogenannte Polstelle, das heißt die Funktionswerte gehen bei der Annäherung an die Definitionslücke gegen Plusunendlich oder Minusunendlich. Gegen Plusunendlich gehen die Werte, wenn das c größer als 0 ist, wie hier. Gegen Minusunendlich gehen die Funktionswerte, wenn das c kleiner als 0 ist. Betrachten wir folgendes Beispiel. f von x ist 1 durch x². Wir berechnen jetzt f von 0,01. Also haben wir 1 durch 0,01 zum Quadrat. Das ist ja 1 durch 0,0001. Und das ist umgerechnet gleich 10.000. Was wir hier auch sehr schön grafisch ablesen können. Wie wir sehen, aufgrund des Quadrates steigen jetzt die Funktionswerte bei sehr kleinen x noch einmal schneller an. Betrachten wir nun die Asymptoten dieser Funktion. Gehen die x-Werte gegen Plusunendlich oder Minusunendlich, so gehen die Funktionswerte gegen 0. Gehen die x-Werte jedoch gegen 0, so gehen die Funktionswerte gegen Plusunendlich für c größer 0 oder Minusunendlich für c kleiner als 0. Der Graph nähert sich also der x-Achse und y-Achse beliebig nahe an, ohne die Achsen je zu erreichen. Die x-Achse und y-Achse sind somit Asymptoten der Funktion f. Schauen wir nochmal auf die erste Eigenschaft. Wenn die x-Werte gegen Plusunendlich gehen, dann gehen die Funktionswerte gegen 0. Hier schaut es so aus, dass die Funktion die x-Achse berührt. Das liegt aber daran, da die y-Achse so groß skaliert ist. Gehen die x-Werte jetzt gegen Minusunendlich, so haben wir hier das gleiche Muster. Die Funktionswerte nähern sich dem Nuller beliebig nahe an, ohne aber den Funktionswert von 0 zu erreichen. Nähert sich die Funktion jedoch dem Nuller an, von links oder von rechts, so gehen die Funktionswerte gegen Plusunendlich für c größer als 0 oder gegen Minusunendlich für c kleiner als 0. Eigenschaften zum Parameter c. Der Parameter c kann grafisch und rechnerisch bei x ist gleich 1 bestimmt werden, da ja f von 1 gleich c durch 1 zum Quadrat gleich c ist. Das heißt, der Punkt 1c liegt immer genau auf dem Graphen von f. Das sieht man hier wieder sehr, sehr schön grafisch. Wir haben die Funktion f von x ist 3 durch x Quadrat. Hier kann man das c gleich 3 ablesen. Blicken wir auf den Graphen. So ist ja der Funktionswert an der Stelle 1 gleich 3. Bei dieser Funktion haben wir jetzt die Funktionsgleichung f von x ist minus 5 durch x Quadrat und der Funktionswert an der Stelle 1 ist minus 5 und die Variable c ist dann auch minus 5. Wird das Vorzeichen von c gewechselt, so wird der Graph an der x-Achse gespiegelt. Kommen wir noch zur Symmetrie. Der Graph ist wie gesagt symmetrisch bezüglich der y-Achse und rechnerisch kann man das immer mit dieser Bedingung zeigen. f von minus x ist gleich f von x. Ich zeige das nun anhand folgendem Beispiel. f von x ist gleich 3 durch x zum Quadrat. Wir müssen nun zeigen, dass f von minus x gleich f von x ist. Wir starten mit f von minus x und erhalten 3 durch minus x zum Quadrat. Minus x zum Quadrat kann man ja auch schreiben als x zum Quadrat. Also ist das gleich 3 durch x zum Quadrat. Und 3 durch x zum Quadrat ist ja genau f von x. Und somit haben wir gezeigt, dass f von minus x gleich f von x ist. Im Video 4 plus von 6 zeige ich euch jetzt Beispiele zu dieser Funktion und im Video 5 von 6 erkläre ich euch die indirekte Proportionalität. abhört. Ich schaufe. Ich schaufe.